Doch, da hat sie ja vorhin schon geschossen. Ich bin ja aufgeregt. Wir haben alle angerufen. Sie hat um 3.8 Uhr erwacht. Der ist schon da vorhin. Ja, das ist ein Ding. Was ist denn? Die Frache ist das? Eine Stunde. Und den mit dem Zähl hatte ich eine Stunde. Das ist eine Stunde. Das ist eine Stunde. Das ist eine Stunde. Ich habe den Tag auf den Dach. Was sagst du, Renate? Ich weiß nicht. Ich höre hier Wortschätzen. Jetzt habe ich den Tag nach dem Dach. Ich habe den Tag nach dem Dach. Ach, ja. Das war ein Tag, wo wir bei dir waren. Tina und Thorsten. Wo wir den Top auf Dach gestellt haben. Wo war der Weiberspiel? Da hat Thorsten mal den Top auf Dach geholt und Tina auf einmal in den Kalt zu schließen. Das war so ein Etzquad. Das war so ein Etzquad. Genau. Und Matthias hat auch keine Zeit. Wann ist das denn? Ja. Der hat einen Stoffer sucht. Von ihm darf man uns nicht schreien. Oder so was. Da stand der Zeit von uns. Und ich kann mich noch. Thorsten war schon immer neugierig. Was? Der Thorsten war schon immer neugierig. Ja, Thorsten war schon immer neugierig. Ja. Das film ich ja gerade. Was? Das filme ich ja gerade. Ja bitte. Entschuldigung. Ja bitte. Entschuldigung. Entschuldigung.